Und als Kontrahent oder als zweiter Gesprächspartner, um es etwas vorsichtiger zu sagen, ist Albert Raffel da, den Sie von gestern Abend schon kennen. Nur kurz zu ihm. Er ist im Hauptberuf Bibliothekar. Deswegen hat er alle Bücher gelesen, die es gibt und noch ein paar mehr. Also ich bin immer neidisch. Und er ist im Nebenberuf. Erstens Pascal, zweitens Nordell und drittens Rana-Kenner. Eben hier ist er als Rana-Kenner. Meine Damen und Herren, es waren ja viele Versöhnungsangebote, auch wieder in dem Text von Herrn Peters. Und ich weiß nicht, ob wir zu der gewünschten Kontroverse kommen. Denn ich muss mich auch als Metzschüler outen. Ich habe in meiner Münster-Rana-Studienzeit von 1964 folgende die Entstehung der politischen Theologie in ihrer Urphase miterlebt. Metz kam nach Münster als eine Art Überraner, 1964, die Vorlesung, wenn ich mich richtig erinnere. Er hat sich dann über die Begegnung mit phänomenologischen Versuchen, Dümerie und andere, Frage der Interpersonalität, Buber, wo er damals viel diskutiert, weiter bewegt. Und dann kamen die entscheidenden Begegnungen in der Paulusgesellschaft, vermittelt, glaube ich, durch Rana, mit Bloch. Und 1967 war die politische Theologie da. Wir waren schlicht begeistert damals, weil das ein neuer Gestus in der Theologie war. Und insofern bin ich also ein Teilnehmer an dieser Geschichte und möchte meinen Lob und Tadel auch nicht einfach auf beide Seiten verteilen. Aber ich habe hier die andere Aufgabe, meinen Lehrer Karl Rahner etwas besser zu positionieren und stehe dazu auch. Und ich möchte deshalb nochmal zurückgehen auf diese Urphase der Entstehung der politischen Theologie. Ulrich Ruh hat schon mal die entscheidenden Punkte vorhin genannt aus dem Lexikonartikel LTHK 3. Das gleiche steht, Sacramentum Mundi, Band 3, 1969, glaube ich. Danach versteht sich die politische Theologie, das wissen wir inzwischen als kritisches Korrektiv, gegenüber einer gewissen Privatisierungstendenz in der gegenwärtigen Theologie, in ihrer transzendentalen Ausprägung und so weiter. Dieses kritische Korrektiv führt zu folgenden Stichwörtern. Tendenzielle Privatisierung des Kerns der christlichen Botschaft. Reduktion der Praxis des Glaubens, das bitte ich zu betonen, auf die weltlose Entscheidung des Einzelnen. Aufgabe Entprivatisierung der theologischen Begriffswelt der Verkündigungssprache und der Spiritualität. Und positiv wird formuliert, die politische Theologie als der Versuch, die eskatologische Botschaft des Christentums zu formulieren, unter den Bedingungen unserer Gesellschaft und mit Berücksichtigung des Strukturwandels der Öffentlichkeit. Dabei ist diese Öffentlichkeit, wie der Metz, nicht verstanden als Gegenstand sekundärer christlicher Öffentlichkeitsarbeit oder eines nachträglichen christlichen Öffentlichkeitsanspruchs, sondern primär als Wesensmedium theologischer Wahrheitsfindung und christlicher Verkündigung überhaupt. Das hermeneutische Grundproblem der Theologie ist danach Metz dasjenige von Glaubensverständnis und gesellschaftsbezogener Praxis. Daraufhin muss die Theologie auch die zentralen theologischen Wahrheiten auslegen. So erscheint in ihrem Licht der christliche Glaube als Gestalt gesellschaftskritischer Freiheit und die Kirche als Ort dieser Freiheit, zu der sich der Christ im Angesicht der eskatologischen Botschaft berufen weiß. Dass sich Metz durch die Attacke auf die transzendentale Theologie gerade von seinem Meisterschüler Rana, gerade durch die Attacke von seinem Meisterschüler Metz betroffen fühlte, das wird man gut nachvollziehen können. Ich halte es für die Größe von Karl Rana, dass er dieser Attacke, die damals für ihn ziemlich unerwartet kam, positiv aufgenommen hat. Er hat also das nicht als ein Profilierungsversuch oder als eine substanzlose Kritik angesehen, sondern er hat sie sehr ernst genommen und hat sich auch daraufhin Material mit Themen der metzischen Theologie befasst und hat die politische Theologie öffentlich an verschiedenen Punkten verteidigt, bis hin zu seinem berühmten Streit mit Kardinal Ratzinger und Kultusminister Mayer in der Süddeutschen Zeitung. Die andere Frage ist aber, ob diese Kritik, diese erste der frühen politischen Theologie, Rana wirklich getroffen hat. Metz hat sie blendend vorgetragen. Ich erinnere an solche Wortgebilde wie die Formulierung, die verkürzte eskatologische Botschaft sei also als symbolische Paraphrase der metaphysischen Fraglichkeit des Menschen formuliert worden. Das waren Formulierungen, die wir also damals begeistert geschlürft haben und die sozusagen Plakate waren, mit denen man also leben konnte. Oder die schönen bildhaften Vergleiche, die Transzendental Theologie und die politische mit der Geschichte vom Hasen und Igel. Der Igel ist immer schon da, die Transzendental Theologie und der Hase, der Arme arbeitet sich in der Geschichte ab. Wunderschön, aber die Frage ist, trifft es? Ich meine, die Kritik hat eine Voraussetzung, und zwar die Zuspitzung auf den Ansatz in den Rana'schen Frühschriften. Meines Erachtens lässt sich behaupten, dass die Kritik sich zuspitzt eben auf Geist in Welt und Hörer des Wortes, die beiden Bücher, die Metz hier auch bearbeitet hat. Bemerkenswerterweise hat er beide Bücher verändert. Geist in Welt, mit dem Einverständnis mit Rana selbstverständlich. Geist in Welt, vor allen Dingen beim Ansatz bei der Frage, die von der Seinsfrage Heideggers zurückgeführt wird, auf die sich selbst begründende, retursiv sich setzende, transzendentale Frage als unhintergehbaren Ausgangspunkt. Da ist die ekologische Komponente dieses Ansatzes meines Erachtens wesentlich verstärkt worden, was nachher auch zu der Kritik führte. Die Bearbeitung von Hörern des Wortes, die ist vorhin schon angesprochen worden, die war intensiver. Sie arbeitet zum einen ranersches Denken ein, sprengt etwas den Ansatz dadurch. Zum anderen Themen, die damals diskutiert wurden, Interpersonalität. Und drittens hat sie damit auch schon gewisse Anfragen an Rana, aber nicht die Anfragen der politischen Theologie. Etwa gleichzeitig ist die genannte christliche Anthropozentrik erschienen, auch von Rana verteidigt in der Deutschen Tagespostermaß. In diesen Bearbeitungen und seinem eigenen Buch ist Metz sozusagen eine Art Überraner. Er hat Thesen Raners pointiert weitergeführt und auf die Spitze getrieben. Besonders die Anthropozentrik ist so ein Fall. Rana hat das in seiner großzügigen Art auch öffentlich zu verteidigen versucht. Das also zum biografischen Hintergrund. Ich meine, die Metz-Kritik kommt aus einer sehr starken Pointierung Karl Rahners, gegen die sie sich dann wieder wendet. Mein dritter Punkt ist der Gesellschaftsbezug der Theologie Karl Rahners. Die Kritik setzt ja voraus, dass diese Transcendental-Theologie eben da unterbelichtet sei. Das würde ich für Rahner bestreiten. Ich kenne keinen katholischen Theologen der Zeit, der so einen intensiven Gesellschaftsbezug hatte wie Karl Rahner. Rahner hat schon in den 30er Jahren, ich habe es gestern schon gesagt, sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Das will ich hier nicht wiederholen. Die stärker theoretisch ausgerichteten Arbeiten zu gesellschaftspolitischen und kirchlichen Fragen sind in dem dicken Band, der drüben liegt, der dickste Band der Gesamtausgabe, für die 50er Jahre inzwischen ediert worden. Das sind 800 Seiten. Ich denke auch, das quantitative Gewicht ist nicht ganz gering. Den Privatisierungsvorwurf kann man meines Erachtens thematisch gegen Rahner nicht erheben. Man kann ihn, wenn man will, gegen den Ansatz formulieren. Ich halte es, wie schon eben gesagt, für falsch. Denn Rahner hat also in seinen Schriften folgende Schritte gemacht. Er hat schon in seinem frühen Aufsatz, 40 Jahre zur Kirchengliedschaft, die Fragestellung ausgeweitet auf das Heil aller Menschen. Das klingt vielleicht ein bisschen idealistisch, wenn ich das jetzt so verkürzt einfach sage. Aber er hat jedenfalls keine binnenkirchliche Ekklesiologie von Anfang an. Wenn man das für idealistisch hält, dann müsste man weitersuchen, wie hat er die gesellschaftliche Wirklichkeit wahrgenommen. Und die hat er in der Nazizeit indirekt, aber in der Nachkriegszeit sehr deutlich in ihren Tendenzen analysiert. Es gibt diese Aufsätze über die Situation des Christen in der gegenwärtigen Welt, wo, meine ich, also viel konkretere Beobachtungen zur entstehenden Globalisierung damals schon, zum Pluralismus formuliert werden, als eben bei anderen Theologen. Und wenn das auch noch zu unkonkret ist, ich kenne keine wirkliche Analyse der Situation, der Kirchenwirklichkeit, die vergleichbar ist dem, was Rahner versucht hat im Handbuch der Pastoraltheologie. Das hat die politische Theologie in dieser Konkretheit auch nicht durchgeführt. Wenn man sagt, auch das ist zu abstrakt und soziologisch nicht genügend fundiert, mag alles stimmen. Aber Rahner hat auch Dinge versucht, die ihm nicht gelungen sind. Er hat versucht, die französischen Arbeiterpriester, die Dominikaner einzubeziehen. Das hat nicht geklappt. Das sind Realisationsschwierigkeiten. Aber die Absicht einer gesellschaftlich fundierten Theologie, die hat er durchgeführt. Und ich meine sogar, wie kein zweiter. Die Bedeutung des Einzelnen für die kritische Theologie. Mein vierter Punkt. Die Kritik der Privatisierung darf man nicht missverstehen. Dass Rahner emphatisch die Rolle des Einzelnen emporstellt, hatte eine kritische Funktion. Man kann auch positive Seiten bei Metz zu diesem Punkt finden. Ich will nur sagen, dass die weltlose Entscheidung des Einzelnen, die die politische Theologie kritisiert, nicht unbedingt gegen Rahner gelesen werden muss. Rahner hat in seiner Theologie des Einzelnen, die eben stark ignatianisch auch inspiriert ist, die Themen etwa der charismatischen Erneuerung der Kirche formuliert. Das weiß Gott nicht weltlos, sondern das war für die Entwicklung bis zum Vatikanum ganz entscheidend. Die hat die rahnerische Theologie auch kirchenpolitisch gewirkt. Ich möchte es abkürzen. Ich komme zu meinem fünften Punkt. Rahners Entwicklung vor und mit der politischen Theologie. Ich möchte nicht hier irgendwie einen polemischen Keil zwischen Rahner und Metz treiben, sondern nur darauf aufmerksam machen, dass die Parallelität doch sehr groß ist. Es ist vorher eigentlich auch schon gesagt worden. Neben den Dingen, die in dem Band 10 gesammelt sind, kam in den 60er Jahren der Dialog mit dem Neomarxismus und auch mit dem Parteimarxismus, soweit er sich dazu herbeigelassen hat, auf. Die Paulusgesellschaft war der Träger. Rahner war von theologischer Seite der prominenteste, der sich an diesem Dialog beteiligt hat. Hier ist auch, habe ich vorhin schon gesagt, ein wesentlicher Ausgangspunkt der politischen Theologie. Ich glaube, nicht bei Auschwitz ist der Ausgangspunkt, sondern hier. Es beginnt etwa um die Konzilszeit. Wenn man diesen Dialogbeginn heute wertet, muss man ihn auch in seiner Zeitstelle sehen. Ich habe mal ein kleines Rahner-Zitat aus der Diskussion aufgeschrieben. Innerweltliche Ordnung lässt sich freilich aus dem Christentum nicht konkret ableiten. Früher konnte der Gegenteil ihr Eindruck entstehen, weil die Welt so stabil war. Heute leben wir nicht nur in der Welt, sondern müssen sie verändern. Wir Christen sind offen für die innerweltliche Zukunft, von der wir nicht wissen können, wie sie aussehen wird. Das ist eine Nebenbemerkung aus dem Dialog von 1966. Sie ist aber in zweierlei Hinsicht interessant, meines Erachtens. Sie geht, wie auch die vorhergehenden Schriften Rahners, gegen einen Integralismus, der also die ganze Weltwirklichkeit unter ein christliches Regime zwingen will. Sie ist eine Aufforderung zur Praxis. Das ist das zweite Wichtige. Sie wird theologisch begründet in dem Vortrag in einer Reflexion über das Verhältnis von Gottes und Nächstenliebe in ihrer Einheit. Das scheint mir also schon wichtig zu sein, dass die politische Theologie hier an diesem Punkt auch ihre Quelle hat. Aus späteren Rahner-Texten kann man entnehmen, dass er die gesellschaftlichen und innerkirchlichen Spannungen, die auf dem Nord-Süd-Gegensatz beruhen, wahrgenommen hat. Folgende Schritte hat er meines Erachtens gemacht. Den Versuch, die Position der frühen politischen Theologie positiv in seinen eigenen Kategorien durchzudenken, gibt im frühen Aufsatz für diese Entwicklung früh die Frage nach der Zukunft zur theologischen Basis christlicher Gesellschaftskritik. Bemerkenswert ist allerdings die Selbstbescheidung Rahners. Die Frage nach der Zukunft kann somit hier nicht aus der Sicht des Futurologen, des Kybernetikers, des Politologen, ja nicht einmal des Philosophen gestellt werden. Kurz und gut, Rahner ist sehr vorsichtig in diesem Punkt auch mit Programmen, so prophetische Reden erhalten konnte, gerade vor und nach dem Konzil, sondern er beschränkt sich auf das, was er für theologisch aussagbar hält. Es gibt ferner diverse Stellungnahmen, Interviews, Verteidigungen der politischen Theologie. Ich habe schon auf die Meier-Ratzinger-Kontroverse hingewiesen. Schließlich hat Rahner einen Aufsatz zur Theologie der Revolution, das ist ja so einer der scharfen Punkte der Befreiungstheologie gewesen, vor der Theologenkommission in Rom gehalten, also ist bis ins Zentrum der kirchlichen Macht mit der Verteidigung dieser Theologie vorgedrungen. Es ist ferner bekannt, dass Rahner sich sehr konkret in der deutschen Kirche um gesellschaftspolitische Fragen Fragen der Kirchenstruktur bemüht hat. Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance etwa zur Synodenzeit von Metz später nochmal herausgegeben, also die Nähe und Ferne ist also nicht so groß. Es finden sich hier viele Stichworte, die auch Metz gleichzeitig oder später verwendet, etwa die Kirche des Volkes, die Kirche von der Basis her und anderes. Was jetzt jeweils früher ist, ist Philologie. Das ist wahrscheinlich auch nicht so leicht ermittelbar. Man könnte durchaus auch mal diese Philologie treiben und sich fragen, wie solche konkreten Themen Rahners auf Metz gewirkt haben, genauso wie man fragen kann, wie hat Metz auf Rahner gewirkt. Kurz, mir scheint, dass die Kritik aufgrund einer Beschränkung auf den Rahnerschen sogenannten Ansatz einer Transzendentalphilosophie-Theologie, dem Werk Rahners nicht gerecht wird. Zumal dieser Ansatz in der Kritik häufig nochmals völlig unzulässig formalisiert und verengt wird. Mir scheint auch, dass das mit dem Vorgriff gemacht wird. Der Vorgriff ist kein Gegenstand, sondern der Vorgriff ist eine transzendentale Struktur und wenn man ihn vergegenständlich, verfälscht man ihn. Die sechste Frage, die christliche Botschaft konturiert oder entschärft. Das wäre ja der zentrale Vorwurf und um den zu klären, müsste man parallel analysieren, was hat die politische Theologie geleistet, um die christliche Botschaft so darzustellen, wie es ihren Forderungen entspricht. Meines Erachtens ist immer noch der beste und schönste Text aus dem Notendokument unserer Hoffnung, von dem ich auch sehr beeindruckt bin und das ein großes Dokument ist, das auch den Vorteil hat, eine gewisse Vollständigkeit zu haben. Es beruht ja auf dem Glaubensbekenntnis. So kann man sagen, hier ist die Dogmatik in wirklich, also Gegenwartssprache, die auch heute noch nach wie vielen Jahren, 30 Jahren erstaunlich zeitgenössisch ist, dargestellt. Und das ist eine große Leistung von Metz. Bei aller starken Konturierung metzscher Aspekte finde ich aber doch eine Nähe, gerade zu vielen zentralen Stellen bei Rahner. So in der Gottesfrage, die sich Synodendokument einem schlechthin geheimnisleeren Bild vom Menschen, das nur einen Bedürfnismenschen zeigt, widersetzt. Lesen Sie daneben Rahners Meditation über das Wort Gott. Oder in der Christologie, in der sich der Text dagegen verwahrt, dass wir das Gottgeheimnis in Jesus zugunsten seiner vermeintlich eingängigeren und praktischeren Liebesbotschaft zurücktreten oder verblassen lassen. Nachdem diese gerade zentral dargestellt war. Zitat, denn schließlich fiele die Liebe, die Jesus tatsächlich kündete, ohne seine ewige Gottessohnschaft ins Leere. Ich würde hier an Rahners Münsteraner Predigten, ich glaube an Jesus Christus denken, die ja gerade diesen Gedanken von der Liebe zur Christologie ausgeführt haben. Kurz, unbeschadet stärkere Akzentuierung ist meines Erachtens solch ein Text von der rahnischen Theologie her nicht nur verstehbar, sondern auch begründbar. Und da sehe ich ein gewisses faktisches Manko bei der politischen Theologie, dass sie nämlich die Aufgabe, ihre Zentralpositionen ausführlicher darzustellen und zu begründen, gar die noch weitergehende Aufgabe, sie schulteologisch, wie Rahner das nannte, assimilierbar zu machen, nur zum Teil vollbracht hat. Das ändert nichts an der Plausibilität vieler ihrer Postulate. Es bleibt meines Erachtens aber das Prä der rahnischen Theologie, dass sie einen Begründungsrahmen auch für diese Themen noch bereitstellen konnte. Ich meine, weil sie nie dem verengten Schema entsprochen hat, das ihr in der Kritik manchmal unterstellt wurde. Kommen wir zum Schluss. Die Kritik der neuen politischen Theologie an Karl Rahner hat unterschiedliche Momente der Entstehung. Angesichts der Tatsache, dass Karl Rahner gerade ein intensiv gesellschaftspolitisch und kirchenpolitisch engagierter Theologe war und dass er den Dialog mit dem Marxismus zu gleicher Zeit bzw. kurz vor Metz aufgenommen hat, angesichts dessen verblüfft der Ausfall der Anerkennung dieser Dimension in der Entstehungsphase der politischen Theologie. Zumal Metz-Rahners Theologie als Korrektivtheologie durchaus würdigt, aber nur gegenüber der Neuscholastik. Damit ist sie praktisch abgetan. Für die nachkonziliare Diskussionsphase existiert sie dann eigentlich nicht mehr, es sei denn, wo sie metzische Themen übernimmt. Auch hier wird wieder der ganze Rahner nur von der Aufgabenstellung seiner Frühwerke her gedeutet und dies meines Erachtens auch verengt. Geist im Welt ist nicht nur ein Gespräch mit der Neuscholastik, sondern auch mit Kant, Hegel und Heidegger. Den Heidegger-Aspekt würde ich also im Zweifelsfall auch noch mal stärker machen und auch nicht so negativ sehen, wie das hier verschiedentlich angesprochen wurde. Ich sehe in der Kritik der 60er Jahre auch ein Stück persönlicher Absatzbewegung von Metz. Interessant ist, dass gleichzeitig, fast gleichzeitig mit dieser Absetzungsphase, die Ernährungsphase, wenn ich es so nennen darf, auch wieder beginnt in seinem rühmenden Aufsatz über eine lebensgeschichtliche Theologie, in dem Karl Rahner geradezu als ein Paradigma der gegenwärtig geforderten Theologie dargestellt wird. Das muss man irgendwie verbinden können. Ich, in meiner Deutung, kann es verbinden, weil ich der Meinung bin, dass die Absetzbewegung vieles Kritische sozusagen psychologisch erklärt und das alles Neue bei Metz, das dazugekommen ist, durchaus von Rahner assimilierbar war. Jetzt kommen wir aber zu dem kritischen Punkt, das ist die Frage Auschwitz. 75 im Synodendokument taucht der Name Auschwitz auf. In Glaube, in Gesellschaft und Geschichte ist es als Stichwort nicht im Register. Judentum auch kaum. Das heißt also, die Entdeckung ist fast gleichzeitig. Wenn ich bei Rahner, ich habe es gestern Abend noch getan, in der Datenbank nachsehe, dann finde ich rund 30 Dokumente, wo Auschwitz vorkommt. Etwas früher schon, etwas später intensiver im Dialog mit La Pite. Aber ich will nicht leugnen, dass die iranische Theologie hier viel mehr hätte Leistungen wie eigentlich jede Theologie bislang. Auch die metzische Theologie. Vielen Dank.